Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Erster Training. Platz 2. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist das Gute, dass ich mich da schon auskomme? Ja. Quad 2, da ist er 1. Der wieder der rechte ist oder der? Strong is beautiful. Da müssen wir schauen, wenn ich mich. Entweder der ist, einer von den 2. Das ist der Quad 3. Wir spielen Match auf Platz 2 und haben Training auf Platz 2. Quad 1. Wie ist das? Quad 2, Quad 2 ist.. quad 2 ist straight and left. Notいます. Bra biggest! Fahrrad! Quad 2! Dankeschön Danke Ich habe nächstes Jahr mal Metschfisch verstanden Es ist schon ein gutes Omen